So ihr Lieben, willkommen zurück zu MyFriend Pedro, dieser Mann sieht sich nur die Sicherheits-Elemente an, den kennen wir auch nicht, den auch nicht. Aber jetzt komme ich hier nicht wieder raus, ne? Wahrscheinlich liegt darin jetzt die Problematik oder so. Doch, hier, komm mal wieder raus, okay. Das ist eine tolle Sache, nicht? Level abgeschlossen, so schnell ging das, 50 Sekunden, ciao. Nein. Jetzt gucken wir mal, C für Chefs können es besser. Ja, danke. Ja, hier, da, da war der Super Bullet Catch. Leider geht der Replay nicht lang genug, als dass ich da auch noch den Dritten mit drin hätte. Mist. Damn. Okay. So, O-Ton hat jede Menge Kultur zu bieten, bevor Mitch der Metzger aufkreuzte. Achso, hatte. Okay. Ich war sogar genau hier auf abgefahrenen Techno-Partys. Das weckt Erinnerung. Oh, cool, cool. Cool, 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 cool. Cool, 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 cool. Ne, geht auf keine Techno-Party mehr. Utsch, 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 utsch. Okay, äh. Ich komm jetzt ja wieder rauf, hier lang, kur, 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 und jetzt? Achso, da hätte ich einfach drauf stehen bleiben müssen. Hahaha, 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 ja. Hallo finsterer Geselle! Hä? Achso, huiulululu! Der Engel des Todes, guten Tag. Oh, Moment, zack. Ich wollte ein bisschen rumspielen. Okay. Und zwar mit mir selbst. Oh, oh, oh. Den da unten krieg ich nicht kaputt. Mist. Ja, genau so. Okay, ich guck mal, was ich hier machen kann. Naja, drei Leute. Aber war jetzt auch nicht so ganz sauber, ne? Oh, der Reload, der verdirbt mir den Flow. Oh. Sonst war es eigentlich ganz cool. Aber der Reload hat mir den Flow verdorben. Ja, drücke F, um Gegner zu treten, danke. Ah! Blöder, Reload. Auch mal, komm, los. So, ich kann den Tisch kicken. Was? Oh, da kann ich hier so... Ah, okay, cool. Bitz, batz, alles vorbei. Überraschung. Oh, kacke. Da ist noch einer über. Jetzt beginnt die Ballerei. Da kommt der Nächste. Huah, 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 huah. Huah. Ja, das war ein cooler Move. Habt ihr das gesehen? So spricht man komisch. So. Sonst noch wer hier? Nein, okay. Level abgeschlossen. Ah, wenn ich es nicht mehr ganz so, ganz so, ganz so kacke. B für Bravo. Nice. Das ist der Special Move. Okay, cool. Okay. Ja, der war auch schon nicht schlecht. Aber der nimmt nicht alles mit. Der Replay nimmt zu wenig auf. So. Jetzt sollten wir ganz in der Nähe des Edelgasturons von Mitch, dem Metzger, sein. Okay. Geh einfach weiter geradeaus. Du kannst es nicht verfehlen. Danke. Nette Banane eigentlich. Wirklich nette Banane. Der hat eine Uzi. Uzi, 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 Uzi. Moment. Wow. Ne, mach nicht Bum. Okay. Uzi, Uzi, Uzi. Kann ich eine Kombo daraus nehmen? Aus beidem? Oder nur die Uzi? Aber er da oben hat auch einer, ne? Er auch. Lässt der die wohl für mich fallen? Komm ich da ran? Ne. Aber davon habe ich auch nur begrenzte Munition, sehe ich gerade, ne? Ach ne, das ist immer nur, wenn er nachlädt, ist... Okay, okay, okay. Ne, okay, ich habe nur begrenzte Munition, okay. Na, ich bleib bei denen hier. Die Dual Pistols, die machen einfach auf. Die machen Spaß. Okay, äh... Dann, ich will den anvisieren. Und dann schieße ich einfach durch den durch! Trololololololololo! Was ist denn das für ein komischer Raum? Oh! Okay, ähm... Wir nehmen den Typ in der Mitte. Und dann geht es jetzt da los. Und dann da. Und dann haben wir sie. Na, guck die Banane! Jetzt habe ich Dual Uzi's. Uzi Schnutzi. Duel Uzi's. Das geht alles ganz schön schief gerade! Bisschen ausgeartet. Bin ein bisschen zu weit gerollt. Oh! 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 was haben wir hier bei den kann man platt machen oder fast kill ich sehe potenzial okay verstehe auch erst die die knarre ich dachte ich könnte den holzboden durch ballern bei den unten den habe ich nicht mit absicht erschossen also noch nicht aber wirklich jetzt keine absicht aber ich gedacht dass da noch einer rauskommt ok 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 ich muss erstmal abwarten bis er wieder seine runde dreht dann springe ich hier einmal rum jetzt hier rein und jetzt rotz ich euch weg ich habe immer noch bullet time an muss ich mich daran gewöhnen dass ich die auch wieder abschalten wo schieße ich denn hin dadurch dass sie hintereinander gestanden hat der erste alles gecatcht quasi interessant ja so so geht das in schnell und cool okay okay um Habe ich alle? Ich glaube schon. Boah. Ja, boah ey. Okay, ich muss erst nach unten drunter. Und dann kommen hier bestimmt ganz viele raus, ne? Nicht? Wupser, wollte gar nicht so tief. Habe ich den da oben vergessen. Entschuldigung. Es war wirklich keine Absicht, dass ich den vergessen hatte. Ah, ich wünschte ich könnte hier inzwischen gehen. Okay, wo sind wir, wo sind wir, wo sind wir? Hm. Fangen wir so an, oder? So und dann improvisieren wir den Rest und hoffen aufs Beste. So, aus wie die Tanzchoreografie. Ui, whooppa. Oh. Schade, ich habe jetzt noch Besseres gehofft. Oh, da wurde ich aber, da habe ich ein paar eingenommen. Ein paar Kugeln. Schon Munition sammeln. Welche durch? No. Unterwehr raus? Scheinbar nicht. Hui. Level abgeschlossen. Sehr schön. C für Chefs ganz besser. Toll. Ja, die haben wir die da gemacht. Okay, fortsetzen. Eigentlich, vielleicht hätten wir da vorne links abbiegen sollen. Achso, wir nehmen einfach die reizvollere Route. Achso, echt Banane? Oh Mann ey. Dieser Harten Haken. Das ist ja geil. Ey, den Schwing. Und da noch einer. Das mit den Kugeln ausweichen. Das muss ich noch lernen. Das mache ich nämlich nie. Ist doch geil. Dann schießt man so um sich rum. Ist eigentlich ganz nützlich. Okay. 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 Mal. Okay. Okay. Hohn. Komm, da kommt doch noch welche, oder? Nicht? Weg da! Oh, das wird cool. Flammen wir da. Nehmen wir mal den hinteren mit. So. Toll. Ich habe nicht wirklich viel erwischt. Ich kann einfach hier rein. Huah. Ich trete gegen das Schienbein, hast du gesehen? Orange Cassidy mäßig. Ja, Mann. Komm ich da nochmal hoch? Ne, komm ich nicht schon. Toll. Was habe ich denn verpasst? Einen habe ich nicht mitgenommen. Mist. wick. Dankeschön. Ne, ne, nötig. Ne, nötig. Ne, nötig. Ne, nötig. Ne, nötig. oh ja das war ein auftritt ich muss hier nicht lang ich kann nur anders lang wenn ich will aber ich kann mir die munition und noch ein gun, kann ja auch nicht, ok klatsch Das war doch mal was, oder? Ein bisschen hoch, oder? Ah, hier muss ich lang. So ist das gerade. Warte, in die andere Richtung. Hui! Sehr schön. So, ihr Lieben, das war's für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir ein Like, Abo, Kommentar da. Ihr wisst, wie das läuft. Und ich sage, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch erfahren wollt, wie es weitergeht, macht die Glocke an. So als Hinweis, dann kriegt ihr Benachrichtigungen aufs Handy. Jeden Tag eine Million Benachrichtigungen. Eine Million, Millionen, Millionen! Ciao.